Ebay ist eine Gelddruckmaschine. Gewusst wie. Wollen Sie bei Ebay das Optimum herausholen? Dann ist dieses Buch eine wahre Goldgrube. Denn derart ausgekochte Tipps und Tricks finden Sie ansonsten kaum. Top Umsätze bei Ebay sind beileibe keine Hexerei. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie das mit Leichtigkeit schaffen können. Sie können dabei sogar noch die Hände in den Schoß legen, ohne Probleme. Im Einkauf liegt der Segen. Das gilt auch bei Ebay. Dieses Buch zeigt Ihnen perfekte Einkaufsquellen und verrät alles darüber, wie Sie die Ebay-Gebühren niedrig halten und wie Sie optimale Verkaufstexte schreiben. Wenn Sie wissen, wie es geht, können Sie Ebay zu einer wirklich lukrativen Einnahmequelle machen. Lassen Sie sich von einem echten Powerseller zeigen, wie Sie das schaffen. Denn das Problem ist, dass diese Plattform an sich sehr einfach zu handhaben ist. Tückisch einfach. Denn nur, weil Sie Ihre Sache problemlos einstellen können, ist damit bestimmt nicht garantiert, dass Sie große Umsätze machen. Lesen Sie dieses Buch. Sie werden dann immer den besten Verkaufspreis für Ihren Angeboten erzielen, optimale Gewinne machen und auch ansonsten 1a dastehen. Außerdem zeigt Ihnen dieses Buch kostenlose Software, mit der Sie Ihre Angebote optimal bei Ebay in Szene setzen können. Und das vollautomatisch. Nicht zuletzt wird Ihnen dieses Buch dabei helfen, Ihre laufenden Kosten extrem zu senken. Schauen Sie auch auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Unter diesem Video auf dem YouTube-Kanal finden Sie den direkten Link dorthin. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang gerade mal.